Zusammen in Kolomai. In Kolomai. Wenn sie kamen, ist das eine schlechte Zeit, wenn sie heimlich werden. Dann hat meine Tate ausgehalten, ich weiß nicht wie viele Familien. Alle verheirateten Kinder. Weil sie... Terrible. Terrible. In schrecklichen Zeiten durch. Mein Seine hat euch gewöhnt in Pöln. Wie ist er gewöhnt? Er hat gewöhnt in Pinsk. Pinsk? Das ist in Miserich. Weitem Miserich. Und dann noch in Warsche. In Warsche. Mein Seine. Ah. Wie sind die hier bei Bayern? Du in Amerika? Ich bin die man in Amerika. Ich bin ein Amerikaner. Ich bin ein Amerikaner. Ich bin... Ich bin... ... der zwei schönste... ... der schönste Mitglied der Welt. Sie hat zwei walkers. In den USA. Ja, wir sind die anderen. Kanada in der USA. Ich bin ein Sancter. Ja. Ja. Ich bin ein Sancter. Ich bin ein Sancter. Ja, ja, ja. Wie viele Brida sind die Kinder? Ich habe eine kleine Familie, sechs Jüngler und sechs Meilen in dieser Familie. Meine Geschwister. Sie haben sechs Jüngler und sechs Meilen. Das ist eine Sache. So, ihr habt 13 Jahre alt? Ja. Er hat geholfen andere Menschen. 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 Ich habe eine Art Schirrung geplant, mein Tati, für ein Hid, Strahid. Die andere Zeit, als ich aufgewachsen bin, ist die Stadrösung ein Gau auf dem Gas ohne Hid. Zinnig gewesen. Er hat eine schöne Fabrik. Er verkäuft für Austria. Austria ist neben Ungarn. Also er hat Deutschland, er hat England verkäuft. Nur goische Hütten? Nicht jüdische Hütten? Sicher, das ist nicht jüdische. Strohhütte, nicht jüdische? Nein, Strohhütte, aber nicht jüdische Hütten. Was haben jüdische Hütten gemacht? Jüdische Hütten. Also schwarze Hütte? Nein, schwarze Hütte. Verwurzelt hat er nicht jüdische Hütten gemacht? Er hat gemacht, dass er Geld mit den deutschen Hütten gemacht hat. Es ist ein komplett anderes Manufaktur, denn es war nicht aus Strohhütte, oder? Ja, es war nicht aus Strohhütte. Er hat die ganze Stadt gearbeitet. Tattende Winter. Er hat viel Strohhütte gemacht. Gold in eine kleine Strohhütte. Und er hat die Strohhütte 20 Tonnen. Er hat die Strohhütte gemacht. Wieviel Pensei ist gewinnt jüdische Hütten? 1.600. 1.600, wow. Aber 20.000, Mama? Ja, 20.000. Das ist gewinnt in Kolomai, oder das ist gewinnt in Ungarn? Heidenanisch. Heidenanisch, ja. Wie in Ungarn ist das? Das ist in Sophrim, oder? Das ist in Nontzipeiln. Ungarn ist ab. Das ist in Nontzipeiln. Das ist in Nontzipeiln. Aber Interland, ja? Aber der Leibarland? Ja, ich weiß nicht. Es ist in der Mitte. Ich weiß, dass es auf der West-East-Axis ist in der Central. Von Debrecen. Von Debrecen, ja? Debrecen ist gewinnt 40 Kilometer in Srishtan. Debrecen ist gewinnt... Debrecen ist gewinnt... Debrecen beke, ne menni, puikakakaske, ne venni, wie ja scotischu, kasha, 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 kasha. Kiko, grieka puikakakaske. Ungarn ist gewinnt. Ungarn ist gewinnt. Ungarn ist gewinnt. Ungarn ist gewinnt. Was ist die, die, die closest, big city? Die, 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 die big city für heute, als ich in Debrecen bin. Debrecen, ja. Ich hab euch ein Ahr gekleidet für den Debrecen. Und ich mein, mein, mein... Do you want her to look pretty? Ein Riedow und ein Riedsch-Manufaktur ist. Ja. Nach Tochter. Ich hab euch gehofft, repräsentieren. Was kleinste. Aber die Znei ist dick. Du hast doch gekleidet in Debrecen, aber die Znei ist dicker weg, right? Alle schwere Sachen, ob ich eigentlich brauch... Auch der größte Antisabethismus gehende eben. Allen, eben gewinnt der zwölfste Kind. Bort, ich hatte grähe Augen, blunde Hoare, so eben gehende Schicksal. Ich habe groz that representieren meinen Taten und meine Mama. Ich weiß auch viele ältere Menschen. Mein Tati hat mir gerief und was ist sie keinem. Weil Mama ist gewesen 47, Tati ist gewesen 15, wenn ich so eine Gebäude habe. Aber ich habe gesagt, Tati, als ich in Gebäude war, dann ist es gewesen, ich wollte, auch, dass es gewesen ging, weil ich bin Gebäude, und das habe ich gesagt verwendet. Und er hat mich entweder ich weggeführt mit meiner Mama zusammen, aber das gewinnt nicht zusammen und ich weiß. Das ist schon noch der Willkommen. Noch der Willkommen. Wie viele Menschen sind gekommen zu der Hasana? Wie viele? Ich kann nicht gleich denken, nur das weiß ich, also auf der Nacht bevor der Hasana ist ja nun gekommen, 42 Menschen zu der Hasana. Das war eine Frau, was die Pflege zu kochen, bei den zwei Kaisers, in der Welt gehalten worden. So finde ich selbst, wenn ich Mr. Rosenberger, ein Kuchen, er soll kochen. Die Kuchen, das wurde ein Schwuchel gehad, bevor die Krieg, ist es in der Stille gekommen? Nein. Die Gestorben? Nein. Meine Mama hat vorgeklärt, wir kamen daheim, der Kuchen ist gewinnen, eine Almona mit drei Kinderlachen. Jede Woche, jede Woche, getrug und ziert, der Kuchen, kosher gemachte Chicken, in weißen Mehleberg, also hohe, was sie essen. Und meine Mama hat sich vorgeklärt, ich meine, in uns hat man getrugt auf Austria, weil Hitler, wir waren schon mal erklärt, wo soll er sich hergehen. Echt, wo soll er sich hergehen. wo soll er sich arbeiten, sei an der Schuhe, und noch immer, soll er sich hergehen. Und in uns war reingefallen, in dem, was ist getrugt auf Austria, und was, Ende der Krieg hat man sich hergehen. Derweil, Hitler hat man gehärget, weil man, drei Bride, haben gesehen, dass er ist ein Manniak, hergehen, hat man ihm gehärget erst. Okay. Was Hitler gehärget? So, Hitler hat man gehärget, Hitler. About the mirroring? Ja. Oh, they wanted to kill him. Ja, da gau ja, man ihm gehärget, weil er ist ein Manniak. So, sind wir hingekommen, ausgerobt, der ganze Haus, die war auch geschliffen auf der Pallecke, And they came back, the house was empty, all the furniture was gone. Ja. Ihn, mein Husband, das, sein Futter, mit der hat mir auch ausgerobt, aber, und wir wollten gehen auf Rumänien. Rumänien hat er reingeliehen, wenn die ihn. Ich musste der Tag noch über die Ingerische Grenze. Ich muss sagen, er trug in die Haar gerät. Tatte, Mama. Hat er gehört noch, und schrieg, als ich leb noch. Wow. Hat er geschickt, schlieg, Kasin, er meint der Kasin. Did they cook a girl first, or what? Do you know? I think they went to a street girl first. Er will mich nicht mehr, er will fast noch mit mir. Kind, der Kasin, ich lauf raus in the kitchen, machen, dass er fresh wird, reinzutrunken, zu ihr Gast, zu ihr Cosin. Und meine Mama kommt noch, die weiß, warum sie es ja gemeint. Heiß verruf, ich sag, hier, das ist hier, als die Mama, dass wir mit Malka im Vetter Jaakli zu heimgekommen, finde, wie wir uns mal ausgehargert zu leben. How is the name of your parents? Malka und Janke? Ja, 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 das auch heet, aber das andere, die meintruchte, mein Ohrnach, schüttekfardier, er bleibe Schlafcoaches sehen, was auch studiert, ich sage, ich kann ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. You saw this in my phone? You saw this very? Ah, okay. It's better when I'm speaking English, sorry. No, no, no. Yiddish is a sach besser. aber. Mamelushin. Mamelushin. In man is Antean? From Manhattan. From New York. Manhattan. Where do you know Yiddish? Gebeirn in New York? Gebeirn in Dugavind? Nicht Gebeirn in Gbeirn, aber Rufke Maxen. So what she's trying to say with that story is that she was pretending as if it's not a big deal, that she doesn't care about the match that she was being proposed. She was saying, I don't know it, I don't care about it. She's trying to hide her excitement that such a prestigious and multi-family was interested in. She's saying that the boys' family was even richer than her family. Oh. And her family, she employed the whole town. The whole town worked for her. The whole town told her a little bit about the words about the factory, about the house, about the house, about how she lived. Yes, we are writing, about how she lived. Are you going to have a kiss in the house? House. Are you going to have a kiss in the house? No. No. At the house, no. No. Come on. In winter it was cold, but she didn't Technology. No. Is it going to have a kiss? Was ist das? Ein Sink? Ein Nachtige Tuch. Ich muss da reingeschlappen, das Wasser. Ich muss gewiss... Sie gewinnt eine Qual? Wie gewinnt eine Qual? Ich wette mit ihm. Gibt was er zu trinken. Sie muss sehr viel, hat man gewiss... viel Platz. In der Hose gab es Schlachtwasser. Was mein Schlachtwasser... Eisen ist gewinnt drin. Man kann auch die Padleken aufwaschen, in der Disches waschen. Aber... ...zu den Boden zu sehen, ob er zu kochen kann, hat man es ja kennt. Man hat zwei Tink, wo es er geht, hat er gebracht in der Gitterwasser. Man hat es mit dem Dabat zu tun. Hat er gebracht jeden Tag? Ja, ja. Jeden Tag hat er gebracht? Sicher. Man hat gemisst, zum kochen und zum Boden sicher, dass er gewisst. Gitterwasser. Ja, ja. So sind Sie mit der Schauer, wie hat man sich geboden? Sie gewinnen eine Wanne? Nein. Sie gewinnen ein Labor. Ein Labor. In ungewärem Wasser. Und Sie gehen, dann wascht ich. Also ein Eifel, in hinten. Ich mache sich erst gewaschen, Eifel und auf dem hinten. In der Säu bin ich aufgewachsen. Das ist ein schmutziger Frau. Mit der Handtüch? Was? Gewaschen mit der Handtüch? Oder mit der... Nein. Nein. Nur so ein... Ruh geworfen, Wasser nehmen, Säufeln gewaschen. Ruh geleitet auf der Erde, hinter Füße gewaschen. Ja, so ein... So ein... Wie oft? Wie oft? Wie oft hat man sich gewaschen? Wie oft? Was hat man gewaschen? Weil du denkst nicht? Ich habe nichts geschenkt. I'd have to guess, I would say, probably you once a week, und vielleicht. Wo hat man gegessen dort? Weil gegessen nicht die Zambasach wie Heinz. Was hat man... Was war am Eich Hollen? Ich habe ein kosherer Pläis, das ist das Mainz. Die kosher, versteht's das? Ich habe ein sehr unterschiedliches. Nein? Weil ich... Zifri hat man gegessen Millachix, ja, Bräut mit Peter und Kaffee, und Zimitu hat man gegessen Fleischix. Und auf der Nacht, auf den Meilen, haben wir gegessen Millachix. Was kind of dishes did they make? Mami, was do you say, was kind of dishes? Was sind die Meilen? Was sind die Meilen? Was sind die Meilen? Ja. Ja. O, was? Es ist ziemlich, nee, 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 kein Meilen, ich weiß nicht. Kann ich, mal bitte. Kann ich mal hinterher. Was? Ich habe doch gesagt, Gericht, was für eine Gericht haben wir gemacht? Was? Gericht. Wenn er gemacht hat er gemacht, er hat er gemacht, kann er, weiß nicht, er hat er gemacht, Kegel, er hat er gemacht, äh ... Welche typischen Essen haben sie? Oh, die Meilen, was haben? Ja, ich habe gesagt, es hat er. Mami, hat mal gemacht ... Hä? Ne, dann lassen Sie mich. Hä? Sie hat früher gegessen, Milachik, auf Brackwärts. In Zimitog Eise, hat man gegessen, Fleischiges. Und danach hat man gegessen. Der Milach, Milachik, ist der Ingler. Und Tati... Babi, Babi, du weißt, was Chalabtas ist? Chalabtas. Chalabtas, okay. Die Kechen in der Mischbuche, hat die Kechen gebackt oder gekocht Chalabtas? Sure. Okay, woher das? Zeche, da Chalabtas, ab gehalt, na ganzer Wachtus, in der Winter. Ah, in der Winter, in der Mischbuche, in der Selle. Ah, that's what I wanted to know. Okay, so you had Chalabtas. What else? Ja. Ja, er hat es. Das war Libyat. Also, kibere Gast, schoen, aber gebrenkt, ab gehalt auf Chalabtas, und gebeten. You know what Chalabtas is? It's, Mami, it's stuffed cabbage. It's stuffed cabbage. It's stuffed cabbage. So, rindfleisch, er gewähne in der Halabtas? Er, rindfleisch. Was er gewähne in der Halabtas? And, shall we, it's sometimes puika. What else? Puika is chicken or duck? What? Turkey? Turkey. Ah, so it was turkey. Turkey hat gehalt a lot of lice flies. Also, they can't. But also vegetables, no? Oh, Mami, okay. Grincaig, got mogi gesen Grincaig? Well, or Grincaig got mogi gesen? Grincaig got mogi gesen, da was sie gewachsen, die schwelter. Ja, ma ta ruga trug, in der basement, ich sorgat, der basement, mit... A basement? A basement. In basement, mit, Zamt, mit Zamt, Zamt. Zamt, in... Zamt, Zamt ist Zamt. Ich mag mein eigenaig, fleszt ihr, in September. Grincaig, in der Zamt, in der Zamt. So, berge hat witte. Mami, welches, welches man... Ja. Welches Grincaig? Welches Grincaig hat mein gekent leidend Zamt? Welche meine Grincaig? Carrots. Carrots? Meeren? Meeren? Meeren, ja. Potei... Potei... Potatoes? Was interessant, weil sie gebrochen sind, wie ein Plane in der Basement ist. Ja, ich wusste noch, ich wusste noch. Und Karros. Dies vroeg, dass meine Augen weggelägt. Welche? Appels? No, Imported, von Italien. Not Imported, Oranges. Die Unruhme Kinder, die kommen und die Bräutschen essen, sollen nicht gehen als Studenten. Und die Reiche Kinder, die kommen und gehen essen, waren alle Kläger. Can you hear that? Sie sagt, the richer children, who had better food, were smarter. Oh, no. Sie sagt. Sie waren malnürzt. Ich denke, ich könnte mit Ihnen Englisch sprechen, als auch. Nein, für was? Ein bisschen. Nein, ich will hören in Yiddish. Ich komme auf Englisch. Ja. Ich will hören in der Masse in Yiddish. Okay, so let's ask another question. So, let's see, Mami. Okay, was ist das Teil? Ehm, mit, äh… Ehm, language... Brauch man nicht verfeindigen, language, turmen nicht verfeindigen ... Ich hoffe nicht bei mir, das macht nur ein Abilitzen. Was erzVOUS war, man kennt seine Kontakte, ein Yidd, Guide für Brasil und Australien, whatever. So zwei, als das ist die Schweine der Jüdischkeit, als zwei Jüdinnen kommen zusammen. No man darf in welcher place of the world. So schulam aleichem, aleichem schulam, dann ist er schon fertig. Babi, kannst du nicht singen Zaruchah Yubakayumu, Niggen? Wie sing das von mir? Zaruchah Yubakayumu. 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 Zahra, Zahra, Schein, Zahra, Schein. Das fragen Männer zu singen oder die Frauen? Was? Männer fragen das zu singen oder die Frauen oder beide? I will tell you something. Frauen is not nice. Chassidisch, ob das sehr, aber die Frauen, die ich gesingen kann. Man kann es ja nicht sagen, okay? So bei uns, wo es ein Geschenk ist, ich habe seine Liebe gehört zu singen. Freitag auf der Nacht hat man getort, wo es in der Tellers war, aber wo es um Schabes kam, es kam es so, wo es in der Nacht war, war hingestellt, wenn mein Tati hat gesingen mit dem Jüngler, war gestellt, zum Platz, wie sie gerinnende Wasser ruf, ihn mitgesingen, was das nicht gehört. Wo sie gerinnende Wasser. So they didn't have a faucet. How do they have a faucet, they don't have running water? They did not have. Ich habe gebrucht den Wasser in der Tellers, was die Gewinngen Tellers auf anderen zu gehocht. Ich habe gebrucht den Wasser, wo es eine sehr schöne Kohl gehört hat und ich habe gestattet mitgesingen. Wir sollen nicht hören, und ich habe gebrucht den Wasser in der Teller aufgenommen. Ich habe eine Sprache, die Gewinngenstätten, die Gewinngenstätten, die Gewinngenstätten, die Gewinngenstätten, die Gewinngenstätten oder die Zahnarzt. Wie war das gewesen, das Schil von Hoydunana's Haus? Ich habe das Schil in Amerika gefunden. In Hoydunana's, so elegante Schil. Ein schönes Schil. Wie war das gewesen, von Babys Haus? Nicht wahr. Nicht wahr. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Ist das ein Schil? Ja. Ah, ein Schil. Wer gewin der Ruf? Der Ruf ist gewin, Haupern. Ach, das hier ist sehr Ruf. Ist er gewin der Masada tradition? Ja. Er gewin der Masada tradition? Er war ja kinderische Ruf in Var. Mein Kippe ist gewin, mein Tafis Vöuf. Right. Eher Baba Zeide war doch gar nicht auf Chassidisch. Wer? Baba Zeide. Eher Baba Zeide. Ja. Ja. Ist er gewin der Chassidisch auch wieder? Ich war einfach ganz einfach und warm zu assim, Flynpälem. Ja. Becher, are wir talking von Herbst der Familie? Herbst, herbst, A-G-R-B-S-E. Herbst, mind, fall, fall mind, das ist in Englisch, ja. Herbst, herbst, ja. Es war eine berühmte Familie, meine Tathus-Familie. Und meine Mames-Familie ist groß, in Emerson, sie gehen, back, 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 und sie hat keine Familie, nun mal. Ja. Ja. Man hat gesagt, ich muss mich, in jedes, jedes, jedes so einseit kommen, weil ich anstatt in einem Schild in einem, oder in einem Schild gehen, dass ich gar um Geld machen kann. Und dann sagt man, sie kennt, collect the money, so, sie kümmern sich, als jede Verschwache mit so einer Familie. Nicht Mäische, Köstkölzern, Hitler, Jainessens. Und so ist Neulett geworden, in dieser Nummer herz meins, voll. Some of them can imagine, they, 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 farben. Colors. Blue, and green, and, 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 and what else? Weiss and schwarz. Weiss, yeah, yeah. Brown. Brown, yeah. Mine. Mine. The Gross Family. Für wie seine Zagy Kimmel originally? The Gross Family. The Gross Family. That's a good question. I don't know the answer. My name is Poland. Polish. In the Herbst Family, also from Poland? Wait, the Gross Family, the Herbst Family, my name is. By the from Poland? Yeah. And his aunt all the persecution? I don't know what he is going, as the, the, the Indian that was, in Poland is going to be, no the goyim lines he was going to be, in the inner seven ruckers lovel of the . . . . . . . . . Und du in Gärle unten. Und sie ist schon richtig gegangen. Mami, dann der Seide, dann Tat ist Tatel geißen Zwie? Ja. Er ist geboren in Nanasch oder in Peulen? Wie ist er geboren? Er ist geboren nicht in Nanasch. Meine Tate ist geboren. Ah, er ist weggelaufen von Peulen? Peulen, ja. Seide Zwie? Ja. Der polische Gäuer. So Zwie war in Polen, und ihre Vater war in Nanasch. Er ist entzündet. Ja. Der polische Gäuer hat gesagt. Mami, ich kann nicht mehr zuhause. Sie sagt, ich muss das Hitler gemacht. Der killig Platz in Polen. Nicht in Ungarn. Weil der polische Gäuer hat mehr. Ratssende, Ungarische. Ich habe mir gehabt, eine Marifacturing-Plant. Meine Tati hat mir geholfen, eine Marifacturing-Plant. Ich muss alle sagen, dass Hitler und Hochschule war. Sie haben gesagt, dass sie in dieser Arbeit bittig weinen. Sie haben mir geholfen, dass meine Tati und Babi in dieser Bespoke. Sie mussten sie sich unkennen, aber sie haben sich gesungen. Sie wollen sie zu rescue, die ihr Eltern von der Kirche zu retten. Sie haben gesagt, dass sie sich das nicht verabschieden. Sie haben die Tati und sie haben gesagt, dass sie zu einem Zirschule eine Zirschule geholfen. Sie haben gesagt, dass sie die Zirschule nicht gewöhnt haben. Sie haben das nicht gewöhnt, sondern sie haben die Zirschule nicht gewöhnt. Die Arbeit haben die Zirschule geholfen. und sie haben gewollt. Sie haben meine Mutter und meine Mutter und mir und alles. Aber meine Mutter war die Jugendlichen. Sie haben gewollt. Babi, ich habe eine Frage. Hast du noch heute Nacht nach der Krieg, wie in den letzten Jahren? Meine Tochter war erst mal in dieser Zeit. Sie haben sich nicht gegessen? Nein. Nein. Im Moment habe ich gesagt, mit dir hast du gesagt, in Zigaret Interessant für sie, das hat gedenkt. Herr Jakobsäure hat... Sie haben gedenkt an der Sprache? Ja, hat gedenkt. Ich habe schon geplant. Das meint, dass sie im Winter eine ganze City von 17.000 Leuten ausgehalten Die Fabrik steigt noch? Ah nein, die geht um Herzliches. Herzliches, was geschieht. Wir sind in der Heimkirche immer. Elf Monate sind wir gewähnt und geportiert. Welche Lage? Weil ich in Lobau, in Vienna. In Vienna war sie gewähnt? Für den Ausstatt für Vienna. Die haben gearbeitet in der Lage? Sie waren gewähnt, geportiert um gehärzt zu werden. Na, ich war bei der Ausarbeit der jüdischen Geuche. In der Nacht waren wir heute. Derweil, die eigene deutsche, austrägische Geuche haben gesehen, als Hitler ist ein früherer Zeich. Und sie haben zusammengeklärt, als er die Ausarbeit der Zeichung hat. Und sie haben gewähnt, als er die Ausarbeit macht. Und sie haben gewähnt. Was hast du gewähnt? 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 So, die hast du gewähnt zusammen mit deinem Futter in der Mitte in der same Lage? Ja. In zwei Brüderstelle. In zwei Brüderstelle. In zwei Brüderstelle. Was hast du gewähnt mit zwei? In drei Brüderstelle. In drei Brüderstelle. In zwei Brüderstelle. In drei Brüderstelle. In drei Brüderstelle. In Brüderstelle. In Geld, welke hat, mit kein Paikicabit. Wie hast du gewähnt in dein Geld? In zwei Brüderstelle. 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 Nein, das ist die Ungarische Geld. Ungarische Geld? Ja. Aber in Österreich? Ja, in Österreich. Ja, in Österreich. Ja. So, ich gehe mir in der Poetike, ich habe mich darauf gelostet. Poetike seems to be a bribe. Ja, ja. Und ich habe mich zurückgegeben, ich gehe noch einmal, ich habe mich darauf gelostet. Und dann habe ich mich darauf gelostet. Und dann habe ich mich darauf gelostet. Ich gehe mir in der Heidunanas-Ghetto oder in der österreichischen Lage? In der österreichischen Lage. In der österreichischen Lage. In der Heidunanas-Ghetto, die weiß, was ich sehe. Ich gehe mir auf Heidunanas-Ghetto. Und dann habe ich in unserem Manufaktierungsplan und dann habe ich mich darauf gelostet. Wow. Tja, er wohne at, dass er geleistet ist, für den Sass heire. Nein, das ist seins. Weil ich zu sich habe getan. Ich bin froh, ich bat was, ich zahle ich mir mein Geld, gebe ich für große Menschen. Und ich habe finde und ungarische Schriften, in Deutschland herzlichen Kapsalokalabjahr, hat gegebe 5.000 penge seitdem. Soll er das so aufweisen. Er hatte sie gern aufweisen, weil sie sie nicht so sehr, sind es so sehr gewähnt. Im Motge misspasst können, als alles so sehr, bis er sie insgeben. Und er sagte, du magst, du magst, du magst, du magst, du magst, du magst, du magst. Das war ingeslag gemacht. Das war ein Triege weggegeben. Der eigene Money, aber ich war, was weiß, zufrieden gelegen. Er sagt, okay. So, verdien mir das hoch. Never ever, als er teenager, er war erklärt, als ich kann sein, und er sagte, in New York City. Look, this is my horse. So, er hat gedacht, gedacht, kein, right? Er hat man ausgetrieben von der Fabrik. Was? So, der Mensch hat gedacht, er hat gedacht, ja. Wow. So, a court ruled? Sie geben eine, a court, that ruled on this? Nee, Sie geben eine, a schrift? Sie geben eine, a schrift? Die Polizei ist erange gekommen, oder? Sie, hertätigkeit, Maturuga, togar shelter. Zurück varit, mami. Ich kann ja nichtsISE machen, ich kann ja nicht, wie Sie, im Vollgemeinen besch Augenuell. Ich fragbe, dass Isaabelle des Hauses stummelt. darf sie, w שה mich klemmeln. Manch, wohger! Mein hofetah parameter, saga, kennt mich. Der ist alltid gewaltigänge, der ist wieder real of an zufremigen. Und er sagt, Und der ruck Spot pueden auch derrt! Mit wem bist du gegangen? Mit wem bist du gegangen? In uns. In der Mitte? In der Mitte? In der Mitte. In der Mitte bist du gegangen mit einem ... Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und so was er. Und so war es. Sie haben keine Kulveren. Sie haben keine Kulveren. So in der Bescheu ist der erste Meeting zwischen Achus und und Kalla. Sie haben sie in Dabrätin, den nearest, in der Nähe, in der Nähe, in der Nähe. Und Sie wissen, was das in 1950. 50-50. Meine Eltern sind in der Schadlung. Ich habe mir gedacht, dass ich 50-50 Euro mache. Ich habe mir die Schadlung gemacht und wir haben 2.000 Dollar. Das habe ich mir verweigert und wiedergegeben. Ich habe mir so einen Böbel, wie ihr bin gewesen und mitgegeben. 2.000 Dollar ist österreichisch oder ungarisch? Oberösterreichisch. 2.000 Dollar. Nicht ökgarisch, amerikanische Geld. Amerikanische Geld? Ja. People dealt in American money after the war? Man hat gefragt. Als unsere Brücke macht man auf der pengue, auf der ökgarische Geld. Das ist schon deutsch, ja? Ja. Wenn amerikanische Geld... Nein, nein. Nein, nein. 4.000 Dollar. Böder der M.S. M.S. Und wir haben die Englische. Und wir haben die Englische. Die Englisch. Dann haben die Englische. Und dann haben sie noch lange eleben. Und dann kamen das ein Ziegelsport. Dann kamen wir das nicht. in Austria, und wir waren in die Bank, und wir haben geändert die money. Das ist in der Mitte der Krieg? In der Mitte der Krieg, in der Mitte der Krieg? Nein, die 2,000 Dollar wurde verborgen. Das war ein Verborgen. Wir haben eine Verarbeitung in Deutschland. In der Basement wir hatten wir etwas. Sie war ein Breeder. Sie war ein Kleiderbacher. Und wir haben zwei ... zwei zwei Bricks? Bricks, ja. Zwei Brick. Ein Brick hat er zusammen gehackt, geworfen der Garbage. In der Place hat er gelacht, jewelry, was meine Eltern. Vorbereitet, ja, das war der Jägle Kalles. Das war seine Welt. Und ... 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 Und dann haben wir die ganze Zeit aufgetauscht und die ganze Zeit aufgetauscht haben. Ja. Sie waren schauen, weil die Millionen Jews sie in den Backyard burierten. Ja. Also, die 2,000 Dollar... Ja. Wer ist das aufgetauscht für 2,000 Dollar? Das ist die Mitte Krieg oder der Nuchenkrieg? Nuchenkrieg, meine Damen und Herren. Also, du gehst zurück, du hast die Jewelry, und du hast sie verdient, und das ist wie du das Geld bekommen hast? Wie ist das? Das ist das Geld. Das ist so ein Rübergang an der Grenze, weil, was sie geworden sind, wo die Rüge nehmen, Satuware, wo die Satwa nehmen, hört man, ist geworden. Ungarisch, noch dem Zürich, Rumänisch, sie gehören ganz auf, auf Dreienisch. So, ich gewinnte, als der Schicksal, also ich hab alles getan, eben mit der Schicksal, alles getan, die Sachen, was der Jüngler, ich gewinnte, und dann 내가 lange dran gehört. Ich wäre es auch davon, wenn ichALKinам. Es wäre so grooming, wenn du 2-21 Tage damit bist, aber dann habe ich nur この Jüngler während derformation fliskt juste halten. Den quell man auch tun świechen, was der Christoff heimpleinert Ihr Kind. Ja. Fahnderkrieg, hat man gehört dort Ungarisch oder jüdisch? Wie? In Hoytunanasch. Also von Ungarisch gehört. Wer kennt jüdisch? Keine? Mein Tati, Schabes, hat gesagt, Schabes kommt. Sie kommt mal in jüdisch. Er hat geschwiegen. Sie sprechen englisch? Ja, Sie sprechen englisch? Ja. Aber ich kann es später. Warum? Es ist sehr interessant. Es ist interessant, wenn Sie all über die Welt gehen, wenn Sie eine Hand geben, Scholem Aleichem, dann werden die jüdisch wieder sagen, Scholem Aleichem, Scholem. Und sie sind Bruder und Schuster. Wie ist das? Ich könnte all über die Welt gehen, und ich könnte sprechen, wer spricht jüdisch. Es ist gut zu wissen jüdisch. Wie hat er sich gelernt, jüdisch? In Amerika? Nein, in der Heim, bei meinen Eltern. Aber gerade hat man Ungarisch. Wie hat er gelernt? Wie? Von dem Seiden. Von dem Seiden. Man Seiden hat gerade jüdisch. Wie? Von dem Seiden. Von dem Seiden. Von dem Seiden. Nein, nein, von dem Seiden. Nein. Was Disney? Ja. Sie ist genouragechieselischer Jüdisch? Nein, nein, nein. Nein? Nein. Was war es heute gerade jüdisch? Er hat gerade jüdisch. Es ist gemeint ein Jüd, hat er gerade jüdisch. Er hat gerade jüdisch. Wrotten ist gemeint. Von die Peulen, ja. Kolomai hat gemeint, meine Schwester. Kolomai ist gewesen bei Ilon, in meiner Zeit. Dort hat gemeint, meine Schwester, ich sugar, zwei Kinder haben dort gemeint. Die hatten einen Manufacturing plant für ein Strohhied. Das ist gewesen für Goye, wie soll ich hier sehen. Das war immer noch nicht. Das war sehr elegant. Nein, das war ein Strohhied. Meine Tati hatte eine Strohhied-Factory, wo es ganz hinter der Goye, jeder hatte ein Feld. Ganz hinter der Goye haben sie nicht gehört, was sie tun, aber sie sagte, meine Tati hat ihn gemacht, Strohhied. So, wenn Hitler hat auch geführt in Ungari, haben sie ins Gewalt versteckt, weil da muss ich ihnen die erste Sache haben, in jedem Beruf man hart gelernt, hier weiß ich. Und sie haben so geweint in den Arbeiter. Und sie will nicht verstecken. Meine Eltern haben sich das Gewalt versteckt. Aber so, es war immer ein Feld, versteckt, der Goye, hier. Und hier geht man der Goye mit dem Weg zusammen. Meine Mama hat die Tati ab und das ist hier. Die ist nicht gelacht, der versteckt ist. In uns hat mir auch getrun, auf Lobau, auf Austria. Ja, und ich habe mit ihnen arbeiten. Wie lange gegangen waren, wo wir kommen, wo wir kommen, wo wir kommen, wo wir kommen. Wir kommen jetzt hier, wo wir kommen. Die Deutschen, allein der Österreichische, wo wir kommen, wo wir kommen, dass das Hitlern ist ein Manniak. Ja, und sie will nur, wir kommen, wir kommen. Und dann, wir kommen jetzt wieder, und dann, wir kommen jetzt auch, wir kommen. Die eigene Brüder. Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Das ist der Essen. Es ist Zeit. Es ist schon seit 7.30 Uhr. Ja. Was ist das? Was? Nein. Nein, du kommst die Milch. Du kommst die Suppe für dir. Du kommst nicht die Leibfleisch. Das ist die Leibung. Das ist die Leibung. Das ist die Leibung. Ich komm herbringen. Oder bist du Essen in der Kitchen? Ich weiß. Die Leibfleisch. Die Leibfleisch. Die Leibfleisch. Die Leibfleisch. Man kann machen an Habsukka. Machen a break. Habsukka, Habsukka. That's right. You got it. Okay, kimm machen. Wir lassen uns essen. Wir warten später. Toll. Inigo. Youricides.